da muss auf jeden fall noch ein bisschen besser die ein da kannst du einfach kannst einfach ist die ein oder halt weg die ein so dass ich irgendwann keine abwärts kann eigentlich gar nicht so schwer sieht aber gerade ein bisschen ein bisschen schlecht klingen ausnimmt was das kommt in die tsb-montage sowas habe ich jetzt schon oft genug hinbekommen so schade so was zum beispiel könnte noch öfter hinbekommen was war das alter da kann ich noch nicht sagen würde das war nicht weil ich habe ihn mit ziemlich krasser schon so ist einfach das ist so wunderschön zeich hat er einfach irgendwie kam so dann kann ich klar ja eben hat auch die hat dann die ei verpackt sehr schön alter das war schön aus ja funktioniert auch manchmal also fair drag down und dann da unten oh mein gott das war das rutschen tut mir leid alter schmerzhaft bei der api einfach so kann man da kann man so viel killen jetzt haben wir den maxi einer meiner real life kollegen und auch steamer der momentan hat auch ein bisschen smash trainiert und der wird es mal mit meinem main er muss es zum allerersten mal gegen meinen main spielen ich habe sonst immer irgendwelche anderen chance gegen gepickt mal gucken vielleicht kriege ich es hin jetzt mal nicht gut zu werden wäre schön weil es um jv zu schaffen ja 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 Na tot Alter So kann es laufen Ja fast die U2-Dev geworden Der erste Stock True Wow Jetzt kriegst du einfach den Touchdown auf Ja Ja Haben wir einfach nur gewartet. Ja, das war's. Uff, Alter. Uff. Der arme, arme Doktor, Alter. Ah, ha, 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 zombie. Let's go Alter Yes Tut mir, Junge GG's mal, Freunde Alter, du bist so ein kranker Bastard Ohne Witz Yeah, Slash Speed Let's fucking go, Alter Let's go, Junge So muss das aussehen, Alter Boom, Alter Voll die Trap da oben so hin platziert Bombe explodiert Und dann voll den Charge Team in Space, Alter Boah, tot Ja, Offstage ist das halt Alter Das ist ein Objekt, halt ziemlich krass Also es ist halt zwar auch gleich Onstage, aber halt Offstage geht's natürlich wesentlich früher dann Schwab vom Chill Komm, Herr Mario Okay, so viel Angst, brauchst du uns auch nicht vor dem Touchdown haben Schade Aber er ist trotzdem tot Ich dachte, vielleicht würde er direkt genau in dem Moment jumpen, aber nee, er hat direkt keinen Jump mehr gehabt Einfach mal, wenn er so am besten dazu lernen kann Oh mein Gott, Alter Und ist er tot oder schafft er das mit der App noch hoch? Ja, damn Das Na, schade Werde aber fast noch reingeerdottschen, die AP Jo, okay Alter Alter, tut mir echt leid, aber Holy shit Ich bin echt Jäger hier, Alter Ich bin echt leid, aber 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 Vielen Dank.